Mit Vollgas in die Ausbildung. Ein Podcast von der ELE und Radio Emscher-Lippe. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und letzten Folge unseres Ausbildungspodcasts, den wir von Radio Emscher-Lippe zusammen mit der ELE machen. Ich bin mein erster Winkel und hab einen Frosch im Hals. Hallöchen! In der vergangenen Folge, da haben wir alles rund ums Thema Bewerben besprochen, inklusive was muss in den Lebenslauf, was ziehe ich eigentlich zu so einem Vorstellungsgespräch an. Heute gucken wir mal, auf wen ihr eigentlich trefft. Wenn ihr die Bewerbungsphase dann hinter euch habt und genommen worden seid, zuständig für die Azubis bei der ELE, sind Ina Burkhard-Weidner und Michael Fischedick. Und die beiden erzählen uns heute ein bisschen von sich. Hallo ihr Lieben! Ja, hallo Vanessa! Schön, dass ihr da seid. Heute soll es darum gehen, dass wir euch ein bisschen kennenlernen. Sprich, wer ist denn in der Ausbildung denn überhaupt mein Ansprechpartner? Stellt euch doch mal kurz vor. Ich sage einfach Ladies first. Ina, bitte. Ja, ich heiße Ina Burkhard-Weidner, bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe eine siebenjährige Tochter. Ja, schon ganz lange bei der ELE, jetzt im 26. Jahr. Ja, hab da schon ganz viele Stationen durchlaufen und kümmere mich da um die Personalentwicklung und alles rund ums Thema Ausbildung. Ja, ich bin Michael Fischedick, ich bin 54 Jahre alt, bin auch schon lange im Unternehmen, nämlich 30 Jahre. Hobbymäßig bin ich im Sport unterwegs, Sport allgemein interessiert mich und ja, mein Herz beim Sport hängt an den Badminton. Am Badminton, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das finde ich nämlich sehr interessant. Wie war denn euer Weg dahin, wo ihr jetzt seid? Ina vielleicht. Ja, der Weg, wenn man schon 26 Jahre berufstätig ist, war lang und geht auch nicht immer geradeaus. Ich habe ganz klassisch mein Abitur gemacht. Groß geworden bin ich am Grundversorgungsrandgebiet der ELE in Polsum. Ui. Nach dem Abitur hat es mich dann in eine andere Stadt gezogen. Ich habe ein duales Studium gemacht und den Industriekaufmann, genau das, was die ELE auch als Ausbildungsberuf anbietet. Ja, mein Traum war es, ich habe Vertrieb und Marketing studiert. Mein Traum war es dann, coole Süßwaren zu entwickeln und vor allen Dingen zu essen auf der internationalen Süßwarenmesse. Sehr gut, das gefällt mir. Also Schokoladen-Stylerin, oder? Ja, genau, das fände ich, oh, genial. Ja, dann kommt es meistens anders, dann bin ich zum Energieversorger gewechselt. Ist ja fast dasselbe wie Schokolade, Stromschokolade, also. Ja, war nicht so lecker, ja. Genau, und dann bin ich zum Energieversorger gewechselt, habe verschiedene Stationen durchlaufen und bin dann irgendwann im Projektmanagement gelandet und das habe ich für mich entdeckt. Projekte leiten, interessante Sachen, immer neue Themen und habe mich dann wieder umorientiert und habe dann ein Projektcoaching gemacht, Projektleiter ausgebildet. Ja, und dann kam wieder ein Umweg nach dem Coaching, dass man dann gesagt hat, Mensch, hast du Spaß an Ausbildung, Personalentwicklung? Ja. Also mein Weg ging nie geradeaus, so da war, der Weg ist das Ziel. Ja, tatsächlich, ja, das ist ja auch eine lange Zeit, die man so arbeitet in seinem Leben, ne, deswegen, ich habe mir auch am Anfang total Stress gemacht und gedacht, so nach dem Abi, jetzt musst du dich entscheiden, was du den Rest deines Lebens machen willst, ist ja vollkommener Quatsch. Also man kann schon den einen oder anderen Haken schlagen. Ich meine, von Süßigkeiten-Designerin bis Ausbilderin bei der ELE, das sind ja dann schon Welten, aber du bist da angekommen, wo du sein willst, ne? Genau. Michael, wie bist du da hingekommen? Ja, ich habe nach der Schule dann irgendwann überlegt, eine Ausbildung zu machen und habe angefangen mit dem Elektroinstallateur, das zuerst gelernt und danach war ich bei der Bundeswehr, habe dann gedacht, okay, das soll es auch nicht sein, habe dann eine weitere Ausbildung gemacht zum Elektroniker und habe dann bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet, was eine sehr schöne Erfahrung für mich war. Und als ich dann irgendwann, ja, bei der ELE anfangen konnte, im Netzbetrieb war das zuerst, habe ich dann meinen Meister gemacht, später dann halt die Möglichkeit gehabt, in die Ausbildung zu kommen und habe auch dann da nochmal eine Weiterbildung gemacht zum Betriebswirt. Also auch eine recht bunte Entwicklung gemacht und was aber halt auch interessant ist, weil man unterschiedliche, ja, Themen, Bereiche, Interessen letztendlich da mal kennenlernen konnte. Das war, ja, eine tolle Zeit auf jeden Fall. Hört sich auch so an. Kommen wir mal dazu, was ihr so macht, wenn ihr nicht auf der Arbeit seid. Hobbys, wir haben gerade schon angeschnitten, Michael ist so der Sportstyp, Ina, wie sieht das bei dir aus? Läufst du auch abends nochmal ein paar Runden oder? Äh, ja, mal, nein, ich bin eher der Nicht-Sportstyp. Das finde ich sehr sympathisch. Ja, aber nee, auch nicht Sofa-Kartoffel, also eher so, also ich spiele gerne Klavier und verschiedenste Instrumente, also Musik ist einmal mein Ding und eine besondere Leidenschaft von mir sind wirklich Strategie und Brettspiele. Ah, okay. Es gibt bei unserem Mutterkonzern die Betriebssportgemeinschaft Brettspiele. Nein, geil. Das Wort ist so genial, ja. Ja, finde ich schön, dass das Wort Sport auch da drin ist, aber das kann auch anstrengend werden. So ein abendsiedler, hör mal, ey, danach bin ich fertig. Nee, und es gibt wirklich einmal im Jahr fahren wir mit der Betriebssportgemeinschaft in eine Jugendherberge nach Rating und da wird von Freitag bis Sonntag durchgespielt mit Turnierspiel. Mit Turnierspiel? Ja, hallo. Seid ihr habt ihr schon mal gewonnen, seid ihr schon Turniersieger geworden? Ich war die letzten beiden Jahre im Finale, aber da habe ich dann leider immer kläglich. Oh nein, da habe ich jetzt eine Wunde, ne? Aber da musst du auch so einen Trümmer an Pokalen mitnehmen, so ganz böse bin ich nicht, dass der nicht ein Jahr im Wohnzimmer thront. Okay, seid ihr also eine richtige Mannschaft, habt ihr dann auch so Polo-Shirts? Ja, total cool, Ludo, so ein Teil ist da drauf, ja. Und wie heißt euer Team? Nö. Nee, gibt's nicht. Nichts. Die Spieler oder sowas, ich dachte so wie beim Kegeln, weißt du, dann hat man irgendwie so... Nee, das haben wir nicht. Die Promille-Prinzessin oder sowas heißen, die ja immer gerne von ganz toll. Nee, die Kegel. Diese Kegelverein. Nee. Nee, das gibt's nicht, okay. Alles klar. Bist du denn eine gute Verliererin? Ja. Okay, ich finde, das muss man mindestens sein, wenn man Brettspiel-affin ist, weil ich hasse solche Leute, die nicht verlieren können und dann ja ab Ende alles umfegen oder schummeln. Was Schlimmeres gibt es nicht als schummeln. Das machst du nicht, oder? Nein. Nie. Nee, nie. Okay, dann ist ja gut. Gibt's noch was außer Brettspielleidenschaft? Ja, Brettspiele ist ja das eine, aber es gibt ja auf der Spielewelt auch noch andere Dinge, viele kommunikative Sachen, so Wehrwölfe von Düsterwald, so mit 17, 18 Leuten. Ich habe auch mal Rollenspielabende mitgemacht, aber da war ich eher die, die so gegen drei Uhr nachts müde wurde im Endkampf und eingeschlafen ist. Okay, da muss ich kurz einhacken. Bei Rollenspiel war ich im Kopf erst woanders, dann hast du Endkampf gesangt. Jetzt musst du dich erklären. Was habt ihr da gemacht? Rollenspiel sind ja irgendwelche Fantasy-Abenteuer nach D&D und dann spielt man so einen druidischen Halbelf, also ich verkleide mich jetzt nicht, keine Sorge, aber das ist ganz witzig nach so einem Spielplan und da ist wirklich so ein Rollenspielleiter. Ja, sehr fantastisch, sehr kreativ und immer mit anderen Menschen. Also ich bin so ein Gruppenmensch. Und du pettst aber immer weg, hast du gerade gesagt, oder was? Ja, ja, nicht sofort. Also im Skript dachte der druidische Halbelf jetzt nicht so lange vor. Der darf jetzt so sterben, genau. So einen theatralischen Abgang, nein. Ah, gut. Ja, Michael, wie ist es bei dir? Du auch mal ein druidischer Halbelf, oder? Nein, mich hat es immer zum Sport gezogen, also Sport zu schauen und schon seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich da dem Badminsport verfallen und habe das auch sehr intensiv betrieben in Bottrop im Verein. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und das mache ich heute noch. Ich spiele auch heute noch immer in einer Mannschaft und bin aber auch Vorsitzender in dem Verein. Also auch etwas organisieren, leiten, Leute treffen und etwas planen, organisieren. Das ist so etwas, was mir immer Spaß gemacht hat. Ich gucke mir aber auch unglaublich gerne andere Sportarten an, einfach mal zu schauen. Wir haben ja hier bei uns in der Ecke ganz viele tolle Geschichten, ob ich zum Judo gegangen bin oder Volleyball. Und natürlich Olympia ist natürlich das Highlight überhaupt. Also das ist so etwas, was mich total begeistern kann. Bei Olympia ist so die Faszination, finde ich, da guckt man sich auf einmal irgendwie so zwei Stunden lang irgendeine Disziplin an, wo ich so denke, hä, habe mich vorher noch nie mit beschäftigt. Aber wenn man da einmal so drin ist, ist das richtig spannend, oder? Ja, das fasziniert mich einfach. Und da bei Olympia zum Beispiel, da werden ja immer Geschichten geschrieben. Das sind wirklich Leute, die plötzlich ganz, ganz oben sind oder auch mal fallen. Also die Legenden, die dann Geschichten da schreiben, die einfach bleiben, in Erinnerung bleiben. Und sowas fasziniert mich, dann auch mal andere Sachen kennenzulernen. Und ja, das ist etwas, wo ich sage, wow. Und Badminton ist in Bottrop, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich, oder? Ja, die Bottroper Badminton-Gemeinschaft, mein Verein, ja, wir haben einige Jahre mit mir dann auch erste und zweite Bundesliga gespielt. Tolle Geschichte. Und wir waren auch viele Jahre Ausrichter einer großen Veranstaltung, die German Junior 18 Jahre lang durchgeführt, wo viele 20, 25 Länder daran teilgenommen haben. Also Spieler aus diesen Ländern. Und ja, das war eine tolle Geschichte. Heute mit der Oberliga sind wir immer noch ganz gut dabei. Darf ich gerade sagen, das ist aber auch nicht schlecht. Oberliga, also. Ja, ich jetzt nicht mehr. Ich muss schon ein bisschen zurückstecken. Er stapeltiefe. Wird uns wahrscheinlich richtig wegfegen auf dem Platz, die Ina und mich. Darf man sagen, alte Herren? Nein, das ist das Schöne an unserer Sportart. Das heißt, ich spiele in einer Mannschaft, die sind zwischen 20 und 30, meine Kollegen. Und ich finde es total cool, mich zu messen auch mit so einem 20-Jährigen auf dem Feld. Ja, das glaube ich. Der natürlich körperlich deutlich fitter ist als ich, gar keine Frage. Aber das finde ich total spannend. Aber das ist jeder Punkt, den man da gewinnt, der ist doppelt wert, glaube ich. Ja. Die jungen Leute lachen dann immer und ich weiß, dass ich die nächsten drei Tage ganz viel Muskelkater haben werde. Aber immer mit erhobenem Kopf vom Feld. Das finde ich sehr gut. Ja, kommen wir mal wieder zum Job. Jetzt, wo wir so ein bisschen Sport und Rollenspiel durchhaben. Warum seid ihr Ausbilder geworden? Was gefällt euch daran besonders? Warum macht ihr diese Art von Job? Michael, vielleicht erzählst du nochmal. Damals diese Meisterschule fertig hatte, habe ich lange überlegt. Und junge Menschen, das ist so, ja, da sage ich, da kann man ganz viel noch machen, diese jungen Menschen zu entwickeln. Und in dieser Zeit, die sind zwischen 16 und 25, passiert ja unglaublich viel bei denen. Und die anzuleiten, denen etwas beizubringen und ganz besonders die Begeisterung letztendlich zu wecken für die Technik. Ja, das ist so, da kann ich mich wiederum für begeistern. Das ist toll. Ich merke, du brennst dafür. Also tatsächlich, das merkt man. Du hast eine Leidenschaft, glaube ich, dafür. Ina, wie ist das bei dir? Ja, ich finde es auch ganz toll anzusehen, wenn die wirklich sehr jungen bei uns anfangen, die jungen Menschen. Und was ich so schön finde, ist sowohl fördern als auch fordern. Wir haben ja durchaus beides. Wir haben Menschen, die sich vielleicht auch mal schwerer tun in schulischen Fächern, wo wir unterstützen. Aber wir haben auch so Durchstarter, denen kannst du schon kleine Projekte geben. Und das ist Wahnsinn, was die als Ergebnis bringen. Und wenn die dann wirklich in ihre mündlichen Prüfungen gehen und stehen da vorne und halten einen total tollen Vortrag, dann sitzt du so und denkst, wow, hast du gut gemacht. Also das macht wirklich Spaß. Schön. Du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten, wo die Berührungspunkte sind, der Azubis mit euch. Bei dir, Michael, ist das eher im gewerblichen Bereich der Fall. Du bist dann auch mal derjenige, der zum Beispiel theoretisch auf Prüfungen vorbereitet. Also wenn ich jetzt bei dir wäre, dann würdest du wahrscheinlich verzweifeln, weil ich bin ein absolutes Mathe-Ass zum Beispiel, wenn du mir da irgendwas beibringen würdest. Wie macht ihr das? Ich glaube, das ist ja auch für jeden so individuell. Jeder braucht ja was anderes. Der eine braucht da ein bisschen mehr, der andere da ein bisschen mehr. Wie findet ihr das raus? Wer was braucht? Und wie gebt ihr denen das dann? Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Und wir lernen die jungen Leute ja am Anfang der Ausbildung kennen, betreuen die auch da und alles, was letztendlich den Leuten schwerer fällt. Bei den meinen ist es Mathematik. Bei den Nächsten ist vielleicht auch erst mal das handwerkliche Geschick. Gar keine Frage. Das schulen wir. Das machen wir. Was wir machen ist zum Beispiel im Seminar Lernen lernen. Wir sind alle unterschiedliche Lerntypen und da legen wir dann einfach Wert drauf, frühzeitig schon da diese Hilfestellung zu geben und zu sagen, okay, du brauchst vielleicht das und das mehr oder dass die jungen Leute da so ein bisschen einfach auf den Weg gebracht werden. Und bei den Prüfungen ist es halt so, es gibt einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil und da machen wir in beiden Bereichen eine Vorbereitung. Und da ich selber auch im Prüfungsausschuss bin, für andere letztendlich Prüflinge die Prüfung abnehme, habe ich natürlich auch eine große Erfahrung, gerade was den Bereich Nervosität angeht in Prüfungen. Man ist aufgeregt und so weiter. Ich weiß ja nicht genau, was da passiert. Und ja, also da kann mal sein, dass mal jemand weint oder auch völlig verzweifelt ist. Und wir wollen ja am Ende in so Prüfungen auch immer herausfinden, was der Kandidat ja auch weiß und nicht, was er nicht weiß. Also viele bohren dann natürlich immer in diese Wunde rein. Und ja, das ist auch eine unglaublich interessante Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, klar. Aber wir bereiten unsere Auszubildenden da sehr gut auf die Prüfungen vor, denke ich. Und bis jetzt haben sie es auch alle geschafft in all den Jahren. Also von daher sind wir da, denke ich, ganz gut unterwegs. Ina, du bist eher in der kaufmännischen Abteilung dann bei den Azubis unterwegs? Genau. Als Ausbilderin in der Rolle, das ist ja ein Teil meiner Arbeit, kümmere ich mich wirklich um die kaufmännische Ausbildung. Das ist aber anders als in der Technik. Die kaufmännischen Ausbildungszubildenden durchlaufen alle Unternehmensbereiche. Das heißt, die sind ja nicht nur bei mir im Personalressort, sondern auch im Einkauf, im Rechnungswesen, im Vertrieb, im Kundenservice. Und da haben wir sehr qualifizierte, tolle Ausbildungsbeauftragte, die sich auch um diese Fachthemen kümmern. Wenn jemand Unterstützung im Rechnungswesen braucht oder im Einkauf, wenn das gerade als Schulfach ist, haben wir da wirklich Fachabteilungen, die da auch unterstützen. Mein Schwerpunkt im Lernen liegt mehr darin, in der Prüfungsvorbereitung für den mündlichen Teil in der Abschlussprüfung. Da übe ich auch mit denen halt Moderation, wie bringe ich verständlich mein Thema rüber. Und wenn die mir das dann Woche für Woche präsentiert haben, sind die ja vor mir auch nicht mehr nervös und aufgeregt. Und das ist wirklich schön in unserem Unternehmen, dass die hinterher nochmal so einen Nervenkitzel kriegen. Die dürfen das nämlich vor verschiedenen Geschäftsführern dann mal präsentieren. Also richtig Blutdruck mal mit gesehen, wie ist das im Echten, wenn die in der Prüfung sind. Da machen wir ganz viel. Was wir aber auch noch machen, wir haben ja gerade über Lernen, Lernen gesprochen. Es gibt ja auch der Typ, der sagt, ich muss zur Prüfungsvorbereitung vielleicht noch so einen Vorbereitungskurs abends haben. Den zahlt das Unternehmen. Dann haben wir ZUBI, ein Programm. Das kann man über Smartphone machen mit Prüfungsvorbereitungsfragen. Derjenige, der sagt, ich fahre vielleicht eine halbe Stunde mit der Bahn zur Arbeit. Zack, dann schmeiße ich mein Smartphone an und lerne dann schon mal auf dem Weg zur Arbeit. Da gucken wir wieder dieses Individuelle. Jeder Lerntyp ist anders, das merken wir ja auch. Und da gucken wir immerhin, was brauchen die. Hört sich in einer runden Sache an. Ich habe ja auch schon mit Azubis von euch gesprochen. Ehemalige Azubis waren schon hier. Die haben tatsächlich, ich meine gut, die wissen natürlich auch, dass sie euch den Podcast anhören. So ist es nicht. Aber die haben, ohne dass ich denen eine Waffe vor den Kopf halten musste, tatsächlich gesagt, dass die sich sehr gut vor allen Dingen auf Prüfungen und so vorbereitet fühlten. Und das habe ich denen auch geglaubt. Von daher hört sich das gut an. Wie ist das? Wie kann ich euch denn mal treffen, bevor jetzt meine Ausbildung beginnt, um euch vielleicht schon mal mit Fragen zu löchern oder einfach nur so abzuchecken, wer ihr seid? Wo kann ich euch begegnen vorab? Ja, wir sind natürlich auf vielen Ausbildungsmessen unterwegs. Hier in der Region jetzt im Monat September stehen ganz viele an und über das ganze Jahr über haben wir aber auch Messen. Es ist schön, auf der Internetseite haben wir auf der ELE Homepage unter Ausbildung einen Kalender. Und in diesem Kalender stellen wir dann vor, wo man uns persönlich antreffen und wirklich kennenlernen kann. Und dann darf ich euch auch so auf die Schulter tippen und mal sagen, du bist doch der Badminton Michael. Sag mal, wie ist das denn bei euch? Das darf ich dann machen, ne? Ja, unbedingt. Unbedingt. Und es sind auch Auszubildende da, die dann letztendlich da erzählen können, wie die Ausbildung abläuft und so. Also es ist eine gute Möglichkeit, sich über Ausbildung allgemein auch zu informieren. Und vor allen Dingen unverbindlich, ne? Also da kann man sich halt erstmal angucken und anhören und muss nicht sofort irgendwie. Man unterschreibt nicht einen Vertrag mit seinem eigenen Blut. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja. Was gebt ihr jungen Leuten mit, die überlegen, sich zu bewerben, aber vielleicht noch unsicher sind oder so? Warum plädiert ihr für eine Ausbildung bei der ELE? Also ich würde sagen, die jungen Leute sollten sich auf jeden Fall informieren. Informieren, ganz wichtig, möglichst mit Leuten zu sprechen in ihrem Alter, die irgendwo eine Ausbildung machen. Sich auf unserer Homepage natürlich informieren, schauen, was bieten wir letztendlich für Ausbildungsberufe an und ja, was brauche ich letztendlich, um mich dort zu bewerben? Ja, wichtig finde ich auch noch so der Austausch mit Eltern und Familie. Ich glaube schon, dass Eltern einen guten Blick auf ihre Kinder haben und Neigung oder auch wissen irgendwie, ne, so ein Beruf, wenn ich gar kein handwerkliches Geschick habe, für Mathe und Physik, dann ist der Elektroniker vielleicht, Könnte eng werden. Könnte schwer werden. Na, wohin gehen, genau. Der Michael kriegt dann alles hin und der bringt die da alle durch. Das, glaube ich, ist ganz wichtig und was sehr schön ist, im Moment gibt es ja schon in der achten Klasse die Berufsfelderkundung und das bieten wir auch an drei Tagen im Jahr an. Dann kann man in einem Beruf schnuppern einen Tag, da stellen wir die erste Hälfte des Tages alle Ausbildungsberufe vor und dann kann man zwei, drei Stunden so einen Blick über die Schulter machen. Und der Michael traut sich dann sogar irgendwie, ihr macht so irgendwas Handwerkliches dann auch schon mit denen. Ja. Da wird gelötet, oder? Da wird gelötet, ein bisschen gesägt, gefeilt, so ganz unterschiedliche Sachen, um jetzt wirklich mal so dieses Handwerkliche dann auch kennenzulernen und einfach dieses Verständnis, also mal so eine kleine elektronische Schaltung zu bauen, das ist sehr spannend, aber die sind immer mit großer Begeisterung eigentlich dabei. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn du am Ende ein Gewicht kriegst, macht das Spaß hier. Nein, es leuchtet eine Lampe. Ja, dann, okay, Fazitmäßig, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt oder habt ihr das Gefühl, dass wir alles besprochen haben? Ja, ich glaube, was ich noch sehr schön finde in unserem Unternehmen ist, dass unser Ausbildungsstart. Wir machen vorher, das haben die anderen ja schon berichtet, wir machen einen Begrüßungsabend mit den Eltern. Und es gibt tatsächlich Eltern, die haben schon das zweite Kind bei uns in der Ausbildung, das ist schon richtig familiär und man hat so ein gutes Gefühl. Die Eltern fühlen sich gut, die können mal sehen, wo ist mein Kind. Und dann starten wir wirklich die erste ganze berufstätige Woche, fahre ich gemeinsam mit den Auszubildenden, mit allen, nach Nettetal. Oh ja. Zum Einesfeldhof. Und ja, das haben wir in den anderen Folgen auch schon behandelt, da müssen die Leute reinhören, das ist großartig, habe ich gehört. Ja, das ist wirklich schön und da kann man sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen. Also das ist natürlich auch schulischer Stoff dabei, klar, wenn man in die eine Woche Party, obwohl doch auch viel, Freitag sind Menschen in meinem Alter dann total müde nach der Woche. Nein, aber das ist nochmal ein anderer Rahmen, finde ich sehr schön und außergewöhnlich, dass man sich so toll, so intensiv kennenlernen kann. Meine Botschaft wäre einfach nochmal informieren und sich jetzt bewerben. Jetzt ist der Zeitpunkt genau richtig, um die Bewerbung loszuschicken über die Bewerberportale oder letztendlich auch alle anderen Wege zu nutzen. Jetzt ist die Zeit dafür. So, wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist von Michael, dann weiß ich es auch nicht. Danke für alle Infos über euch, danke, dass wir euch kennenlernen durften. Schön, dass ihr heute Abend meine Gäste wart. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja, das war die letzte Folge unseres Podcasts. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann hört doch auch mal in unsere anderen fünf Folgen rein. Wie gerade schon erwähnt, ich spreche mit ehemaligen Azubis, die erzählen viel von ihren Erfahrungen, auch lustige Erfahrungen dabei, das kann ich euch versprechen. Ich spreche mit dem Personalchef der ELE und mit Bewerbungsexperten. Und wir besprechen wirklich alles. Also, was gibt es an Kohle? Wie ist die Stimmung auf der Arbeit? Würden die ehemaligen Azubis sich nochmal für eine Ausbildung bei der ELE entscheiden? Und, und, und. Hört gerne rein, Leute. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich bin Vanessa Winkel und ich sage Tschüsskiss. Tschüsskiss. Mit Vollgas in die Ausbildung. Ein Podcast von der ELE und Radio M. Scherlippe.